Hallo und herzlich willkommen zur sechsten folge pewdiepie let me be broke a feast ja wir haben eine update gemacht und das ist wie Öl ist ein bisschen Öl so süß wir haben auch neue attacken freigestellt angeblich ja ne schau halt nach du Fisch da ist unser Hoden ok hat sich sonst noch was die Hände also die Wooden hey wie viel dahin bin ich hier fisch das trotzdem ja du jetzt weg mal rechts 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 Verteidigung gibt es mehr Corrector Backdoor wir haben alle geile Kostümseile mit dem Fuß der hat keins ne es gibt nur noch die gleichen Batei der Jugend Maja tritt ah ne Ritt Ritt Maja Reiter auf Maja ist schnell an der Weg Springtür und wird Wunder und bei der Mops ist immerhin dafür bekannt schneller besser ein Steiger zu sein die Liebe liegt in der Luft das perfekte Bass Love is in the air du 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 Love is in the air wirf der Hoden Cowboy jetzt hab ich am Pinken am Pinken schnull dir oh Gott was ist denn Dossi jetzt hab ich glaube ich schon mal gefehlt Dachtest du auch das man da drauf kann du bist schlecht oh das spiel ist schwer das ist echt schwer Noob Alter die sind gut wo ist unser Skill geblieben ich denke immer noch dass es Dinger sind wo ha 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 du fuckst mich ab warum Alter du du hast es immer so weit weg wir müssen uns vielleicht noch hören ja wir hören uns immer ja hey du ich hab alles ausgedrückt ich hab alles ausgedrückt dann springst du einfach weiter ich bin du nicht aus dem Bildschirm gehen egal wie krass du bist don't go out of the bildschirm ok let's go auf Kreis springt man auch naja also hm Alter verpiss dich verpiss dich hm ich bin das Mobbettach du was bist du das Mobbettach geh hoch Mist ja bin ich ich bin sehr so ist mir egal du warst nicht immer tot lass mich mal wieder runter das war schon, lol, das war gut jaaa danke echt nett von dir kein Problem ich kann fliegen ist ja gut fliegen wir nach links nein da ist was lass mich mal tryen dann spreng einfach no matter how hard I try als ob da was wär vorhin war da was am Anfang des Levels in dem anderen Level du heistlicher Rollercoaster das machst du doch kaputt, alter wird jetzt gar nichts mehr da guck, fix das fix das fix das, fix das am Nachhol jetzt gehts los, alter nein das war cool du bist dumm, ne? ich hasse dich aber wir haben jetzt die Super-Komi nach meiner Familie die die jetzt ist es noch mal nur Ich hab noch gar nicht den Boden gerührt, ne? Nicht schlecht. Haha, das war schlecht. Nicht schlecht, du. Was? Nein, ich hab's mal. Mahade hat hat, Jungle, Jungle. Mahade ist jungle. Woll mal hoch. Witzelhoch. Sollte, dass es geht? Weil da muss man hoch, dann muss man runter. Was haben wir da hin oder her? das bringt als ob er immer nur Münzen fünften sind da da heute so geht es den Städten wir haben das sowieso dann wo es hat er kommen oder kommen Kombi, nicht Kombo, oder? Die sind wirklich die Kombi-Dudes, oder? Leg mich an, Professor. Du fährst in mein Kombi. 2.6, ne? Everyday is Saturday, ne? Everyday is my best, I guess bitches love kick. Alles cool. Auf! Ja! Nein! Du cheatest doch! Ich hab doch absolut nix Soziales mehr, was du gemacht hast. Ach, aber du mit deinem Auge, ne, du Fischkopf. Oder Augenkopf. Da ist das Secret. Das ist echt low. Ne, das sagst du. Nice. Ich sag auch, zurecht, dass du low bist. Es gelobt. Mir ist ein bisschen nicht gespawnt, ganz herrlich. Pinionhutten. Du musst mir nicht danken. Ich brauch gar nicht danken. Sei doch. Wo ist meine danken? Wo ist meine danken? Spawn! Wie will ich spawnen? Was ist das Scheiße? Wenn du noch zwei Sekunden stehst? Oh! Scheiße! Ich hasse dein Leben! Ich hasse dein Leben! Und du hast ein Auge! Und du hast ein Auge! Das Auge bringt mir in der Luft herzlich wenig. Ich find dich nicht ungierig, Bernd, ne? Hab ja auch nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, dass du Flügel hast. Zum Glück hast du Flügel! Und der nutzt sie nicht mal! Ich hab keine Flügel! Äh, ach so, hä? Hab ich das gesagt? Ja, zum Glück hast du Flügel und der nutzt sie nicht mal! Was geht denn mit deinem Gesicht los, Alter? Ja! Wo bin ich hin? Oh nein! Da bin ich! Das Level ist mir zu Hardcore-Fang voll! Hardcore-Fang! Alter, du hast es gemerkt! Hardcore-Fang! 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 Gute Frage! Secret! Haha! Vielleicht kannst du fliegen? Ja! Kannst du fliegen? Ja, aber... Du kannst es nicht, bist du da! Du kannst es nicht, bist du! Du kannst es nicht! 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 Ich brauche jetzt tatsächlich, glaube ich, die Flügel! Hm. Lass mich mal da drücken! Lass mich mal da drücken! Krassierst du? Ne, die Luft auf mich zu springen? Ne, na? Warte mal! Stell dich mal ganz nah an den Anzug! Guck weit wie du kannst! Du kannst es nicht! Du kannst es nicht! Du kannst es nicht! Warte mal! Okay! Jetzt lässt er die Flügel noch! Ja! Stimmt! Ah, ist es easy! Ich wollte meine Flügel raus! Jetzt geh hoch, du Uhrensport! Du musst schon einmal nur mal springen! Stimmt! Ja, der Stimmt! Ich kann jetzt gar nicht mehr hinterher! Fick dich! nicht mit so an dass du und eröffnen die größten und fliegt ich glaube dass es so gedacht ist aber das ist in der Pflekschaft ich bin dort bleib auf mein Herz Alter, der ist lecker, der macht mich echt hartig und sowas soll man am Walddienstag spielen oder was das macht eigentlich Medaillen in den absoluten Els ach, Medaillen in den absoluten Els ja ich bringe auch zu uns fort ich bin da lass es, lass es, nicht train ach Gott das ist jetzt passiert ach Medaillus 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 mach ein Fass ohne Amateurbüro wie wir alles nochmal kriegen das macht mich traurig ich bringe mich den drei leuchter Schnee find ich super zum Glück wir haben das nicht alle schon es geht weiter wo Zeit zum Geld ausgeben Killing Me Softly with His Storm Zähler hängt bei 301 Minus guckst ja der entbeerliche Er Lehrling Erster Grünschnall Tag 1 flicken weiter haben wir noch Zeit bei dieser Kostüm ja wir haben das 12 Minuten Uwe Computer let's go ich hab keins ich hab keins wahrscheinlich die anderen Models Jutipha hat keins der ist engel mit ner unterhosen Jutipha ist der engel mit ner unterhosen ich hab noch mal mehr geblö nageblö 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 sagt doch der bad is cool der nur bad nicht cool das nur bad nah den finskool all right dieses Schiff soll uns zu der Base ok mit diesem Schiff sollten wir bis zu ihrer Basis kommen ich muss nur noch einen Weg rausfinden die 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 wenn das mal das ist und darüber zu kommen der 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 das welchen es gibt manchmal aber weil wenn du die Flügel hast die Nummer hat gelingen gewonnen wir haben den wir haben das alles was wir weil da man sich jetzt in der dazu übergeht ist ist das was die stelle Schau, der ist einfach so ungereit, das ist ja nicht. Abhütter. Gut, er hoch eigentlich. Warum? Ich will hier hin, da ist flippen. Cryo-Trip flippen. Einfach aus Hackmaik haben wir das gemacht. Ben, das war guter Weg. Bleib nicht am Gesicht. Bitte nicht, vielleicht bin ich auch nicht am Gesicht. What the fuck? Jetzt warst du bescheid, ey. Ja, ha 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 ha. Bigger, hast du gemacht? Du. Neben. Verpiss dich. Holy shit. Hast du den Checkpoint 10 nicht? Natürlich. Eihalian. Döde es. 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 Ist er dann selber voll? Ich glaube schon. Ich glaube, du stirbst einfach immer. Warum machst du das so? Das ist schlimm. Ich hasse dich. Alter! Du hast mich gehoffelt. Ich dachte, das ist für Jonas. Let's play. Ich auch, Alter. Okay, hässlich. Ich kreie. Kreie. Wir müssen hier raus. Ja! Ich folge dir überall. Ich glaube, das wäre der nächste Charakter. Glaube ich auch. Was kann der du oder nichts? Keine Ahnung. So weit war ich noch nicht. Aber kennst du den? Ja. Ich nicht. Aus manchen Let's Plays hat von PewDiePie. Ich kenn niemanden. Aber du schaust halt PewDiePie nicht. Hä? Weil du halt PewDiePie nicht schaust. Seltener. Was? Bist du seltener? Ja, ich bin seltener. Hab ich verstanden? Seltener? Seltener! Richtig. Die ist halt nachher am Stesel. Leg mich am Sack. Wow. Ich habe irgendwie so das schlechte Gefühl, dass du zu mir gefordert bist. Hallo. Sterb einfach. Sterb! Du bist ja lustiger Duder, ne? Hä, warst du tot? Ja. Warum? Hm? Das hab ich auch nicht ganz verstanden. Alter, willst du mich hoffeln? Was hab ich gemacht? Die Dinger gehen immer weg, wenn ich die nehmen will, Alter. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Okay. Garry! No, Garry! 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 Du bist gar nicht so gut. Guck! Du bist großartig! Das ist großartig. Ja. Das ist geil. Einfach. Wer der hier. Ich bin es großartig. Alter, ein Alihan! Der ist gestahren. Du bist gestahren. Nach diesem Typ, das ist fertig. Ich bin das so großartig. weiter jetzt bleiben bitte aber ich kann mich nicht bewegen vorbei ist und da unten muss ich flicken glaub ich irgendwie verkehrt ich bin so froh dass sie diesen Augenblick gemeinsam erleben können oh Gott oh kreie oh kreie skandalös glaub du es gibt da etwas zwischen uns ich bin so froh dass sie diesen Moment nicht mit warten und ruinieren Puts was machst du da du musst verhören ich habe sie hat recht ich muss gehen kreie kreie für ich bin Nein, wir müssen doch die Fans retten. Das ist ein kleiner Stamper für die Menschheit. Und eine riesige Schritte. Pudipu! Ja, Pudipu. Bromance. Bromance. Freya, der gehst jetzt im Haus. Jetzt ist Power Ente. Zwei Charaktere, Digga. Was ist denn immer ein Fliegen wegen? Oh, die Illuminudi haben wir jetzt. Der Illuminudi flicken. Illuminudi, haben wir ein Special Special. Oh, ne, wir haben den. Power Ende. Führen sich in eine unverwundbare Ente, wie die Pufzahn besagt, können unverwundbare Enten nicht fliegen, aber sie können ein wenig leiden. Wow, also schlechter als der Schnurrbart. Aber unverwundbar. Ja, gut, ne. Man ist doch kein Charakter. Sondern ein... Auch bekannt als Chaotic... Monkey? Nick Ka... Ah... Chaotic Monkey. Dieser mysteriöse Let's Player liebt, als seine Fans mit unheimlichen Geschichten zu erschrecken. Und wie ein wahrer Superhelfer steht, der seine Infizierte hinter einer Maske. Wollen wir den Hau... Da würd ich sogar eher noch den holen, Alter. Beide. Echt? Was kann jetzt die Angriffe? Was ist die Bärenhut-Version? Lest du vor. Cinnamon Toast Ken nutzt die Macht seinen Hut... Seinen Huts... Und verwandelt sich in einen Bären. Wir im echten Leben haben Bären keine Angst für Fässern... Und sind sehr bärmlich... Unverwundbar. Und die Maske... Die Maske der Niedlichkeit. Cryotic nutzt seine rote Maske... Und verwandelt alle aggressiven Gegner in passive rote Subs. Sie mögen niedlich sein... Aber dennoch müssen sie ausgeschaltet werden. Wow. So, das war's dann mit der sechsten Folge... PewDiePie Legend of the Brofist. Über ne positive Bewertung würden wir uns natürlich freuen... Und wenn nicht, dann nicht, ne? Tschö. Peace. � 2016 Security Surface research ME W W Untertitelung des ZDF für funk, 2017